die hau meine lieben reisverkäufer und damit ein herzliches willkommen zu einem weiteren brawlers video freunde es ist soweit wir haben mittlerweile tag zwei zwölfter zweiter 15 uhr 38 und wir machen jetzt win nummer 300 beziehungsweise es will noch zehn und dann haben wir mittlerweile die 300 mit dabei ist immer noch zwischer und fetter burger mega mega heftig leute wir haben bisher nur brawler gespielt und ein einziges mal haben wir in knockout gespielt da haben wir piper nadi und bayern auf 500 gemacht jetzt mittlerweile spielen wir wieder brawl ball und ihr könnt auch gerne in den kommentaren schreiben ob ihr auch andere modis sehen wollte ich denke danach werden wir heiß spielen und ja wie gesagt lasst unbedingt daumen nach oben da lasst ein kostenloses abo da falls ihr nichts verfassen wollt swissers tik tok werde ich unten verlinken der macht mittlerweile jetzt auch tik tok wenn ihr bock habt checkt auch gerne bei ihm sein tik tok ab und dann würde ich sagen wir machen wieder ein geiles uncut video leute zehn wins einfach so auch ganz entspannt ohne großen schnickschnack hat viel spaß mit dem video jetzt so leute wieder auch ganz entspannt den games und hat gut ich habe ich verpackt nicht wie gesagt freunde schreibt gerne mal in den kommentaren ob wir andere modis sehen wollen wir nicht fokussieren jetzt ich bin auch noch sehr ungewohnt leute hypercharges zu drücken weil als ich gespielt habe gab es dann ich bin so gespannt was für eine winst du geschaffe freunde wie gesagt wenn ihr noch nicht euch selber gespollert hat in den kommentaren mal schreiben was ihr so schätzt was ich schaffen würde also ich hoffe auf jeden fall minimum 3000 viele von euch tatsächlich schreiben auch so viel aber einiges schreiben ich schafft nur 400 300 und so das ist echt krass hätte ich nicht gedacht dass leute glauben dass ich nur 300 schafft wobei ich das um ehrlich zu sein auch schwer einschätzen kann ob 300 viel ist aber ich glaube selbst 1300 wäre nicht viel mit so vielen brawlern die ich habe aber so viele haben wir alles auf dem zweiten aber leute wisst ihr land die macher sehr geil gehen schnell die runden auf jeden fall nur bin ich mir nicht dabei heißt sicher wenn wir mal sterben sollten das ist ja alle direkt durch ich mache aktuell übrigens alles auf 500 und ihr könnt auch gerne mal in den kommentaren schreiben was für brawler ihr euch wünscht die im video gespielt werden ich glaube ich habe kid habe ich nicht im video gespielt hängt da habe ich hängt da ein von den beiden habe ich auf jeden fall im video gespielt oder habe ich sogar bei dem video gespielt ich glaube doch der war doch der war doch in den 50 prinz video oder oder war das hängt kann es sein übrigens habe ich auch in den kommentaren geschrieben ja gesehen ja leute wir spielen auch der eu server ihr seht ich habe keine delays ne ich mache alles fair ich spiele fair und wir wurden auch schon also wir haben öfter schon deutsche gefächt ist natürlich schwer zu sagen ob das jetzt unbedingt sniper waren aber man hat schon sehr oft gegen deutsche gespielt Deswegen ach so und was soll ich noch sagen alle 50 für das paar haben schrieben sogar die wollten alle 50 können sich hat jetzt nur 100 alle 100 aufgenommen beziehungsweise hat 50 100 200 das ist jetzt der traurigste oder oder ist das ist das der traurigste ich meine das ist das video ist jetzt traurigste ja genau 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 ja dann habe ich 50 aufgenommen 100 200 und 300 ich denke alle 100 reichen denke ich mal gucken vielleicht nehme ich noch 300 450 oder ab 600 650 vielleicht nämlich die da drauf wenn ihr das sehen wollt falls euch wundert warum ich nicht alles von anfang an dem ende aufnehmen ist weil ich habe hier so ein adapter immer stecken wenn ich liebe oder wenn ich videos drehe muss ich extra ein adapter anschließend alles und das stört beim spielen und wenn ich eben so spiele ohne video aufnehmen dann kann ich besser fokussiert Quatsch nicht so viel und so ihr wisst was ich meine ich kann ja jetzt nicht im video zehn spiele spielen und dann einfach schweig ich muss ja ein bisschen quatschen mit euch Übrigens hat bürger mir vorhin erzählt das kann ich euch jetzt so sagen er hat alles games gekauft außer die silberne und gold was auch mega interessant ist Und ja er war free to play Er war free to play und ist jetzt max und hat alles Hast du mit david mal geschrieben Ich bin gerne interessiert ob er auch Ich würde mal gerne wissen ob er auch Das muss ich immer fragen Also er war sehr niedrig auf jeden fall Aber stimmt ja doch er hätte auch free to play sein können Aber ich glaube auch wenn du ein bisschen nur also den passt zum beispiel kaufst kannst du auch schon vor allem Ich glaube der hat aber nur ein oder zwei aufbauen hat er ganz viele aufbauen hat er mir geschrieben Aber er hat auch glaube ich von den jams vom nächsten hat er glaubt die meisten jams Und wenn er rauskam Ich mache mich besser Oh Hast du ein ding? Ja 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 Dieser Brawler ist so... Warte... Oh mein Gott, ich hab gar keinen Bock auf diesen Brawler. Ey, dieser Brawler, ich hasse ihn. Oha, das ist das erste Game, wo wir so am schwitzen sind. Oh, was, er schwitzt jetzt noch. Schon nervig, ne? Hab sie. Boah! Ja, wir hatten jetzt, glaube ich, zwei Games, wo die Gegner... Ja, ne, wir hatten ein paar Games mehr, wo die Gegner echt reingeschwitzt haben. Auch schon VL war. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir nur gegen Randon spielen. Nice. Sehr geil. Sehr, sehr geil, ne? Übrigens, ähm, weiß ich, dass viele von euch natürlich sich wünschen, dass ich das auch streamere. Aber Leute, ich glaube, ganz ehrlich, das nicht zu streamen ist viel schlauer, weil dann ist das viel safer. Weil, wenn ich streame, habe ich safe so um die 2.000, 3.000 Zuschauer bestimmt. Wenn nicht sogar mehr. Die wollen alle mir Minus geben, ne? Ich habe auch schon gehört, es gibt viele Leute, die jetzt so schon allgemein versuchen zu snipen. Ne, weil die nicht gönnen. Die machen Auge, so wie bei den 1.000.000 Gems. Machen die Auge. Nice. Sehr, sehr geil. Ah, ich bin gefreased. Ah, ich wollte gerade sagen, warum treffe ich den nicht? Der hat, äh, ne, hat ein Ding. Der hat, äh, ne, hat ein Ding. Und. Nice. Sehr, sehr geil, Freunde, let's go! Zwei Wins nur noch. Übrigens auch vielen Dank für den ganzen Support, ne? Ähm, äh, drei Wins noch, drei Wins. Ihr feiert das alle, dass ich das gemacht. Und dann ohne große hin- und hergeschnitten, reinzoomen. Da kriegt man ja einen Anfang. So. Ich hab auch im Stream gebracht, ob ihr mal Videos haben wollt, wo ich ohne Gesicht mache. So wie die anderen Leute. Einfach nur gameplay. Aber bei mir feiert ihr alle, dass ich das mit Face Game und so macht. Deswegen. Mal kurz konzentrieren jetzt. Bis zu viel quatschen. So, ich mach mal Auge. Oh. 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 Ich hab aber auch Colt so lange nicht mehr gespielt, ne? Oh. Ich hab alle geäußt. Oh. 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 sehr entspannte runde wir sind jetzt auch mittlerweile bei 400 gold ein paar games noch 500 und dann wechseln wir schon den roller jetzt nicht in dem video aber im nächsten video freunde schreibt mir in den kommentaren welche brawler ihr als video sehen wollte ich denke zum ort ist es cool dynamite ist cool gold ist auch cool deswegen spiele ich übrigens jetzt gold im video kit war jetzt nicht so geil zu sehen wahrscheinlich also anzusehen den kind habe ich so gespielt ohne video aber im endeffekt muss ja wie gesagt eh alles burscht ich denke es du ist auch ziemlich cool Leon ist bestimmt auch ein cooler brawler Was denkst du was für ein brawler nicht so cool ist anzuschauen Ich habe ich gar nicht gespielt bisher da war so eine tank mit leute wo ich buch gespielt habe mit tank mit tanks combo Da habe ich bestimmt hätte ich täglich spielen sollen so freunde let's go letztes game für die 300 Letztes game für die 300 ich habe auch kein langes matchmaking wie sehen können also die games gehen wirklich zack 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 Wir haben auch übrigens erst tag 2 und ich streame auch aktuell jeden tag und machen dort Deswegen ist schon krass dass wir eigentlich so schnell vorankommen Aber es ist ja wie gesagt muss auch arbeiten und bürger schule Ich habe jetzt gerade zu excited aber bürger konnte es go an sehr gut So auch entspannt Warte Ah schade Ahaha let's go Sehr sehr gut Und damit haben wir die 300 wins Gut ähm ja dann würde ich sagen das war es jetzt erst noch mit dem video freunde ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ja Lasst ein like da lasst ein abo da Checkt gerne swissers TikTok kanal würde mich sehr freuen Und dann sehen wir uns im nächsten video Macht's gut und ciao ciao FoxAG 7 7 7 8 10